So, willkommen zurück zu Zombi. Ich bin L.P. Headbanger und begleite euch durch London, unsere Sightseeing-Tour. Hier rechts sehen wir zum Beispiel einen schönen Polizeiwagen und links sehen wir diese tolle Laterne und egal. So, nee, wir müssen hier irgendwie diese kurzen, was war das denn nochmal? Das ist so lange her, fünf Minuten oder so. Also, ja, ich weiß nicht, ich nehme sie gerade so ein paar Aufnahmen, so in einem Stück auf. Und hier müssen diese komischen Verteiler, genau, diese komischen CVT-Verteiler irgendwie scannen, damit er die bearbeiten kann. Und, ach, das Spiel ist irgendwie so merkwürdig. Ich blick irgendwie kaum durch. Die Infos sind so schnell am Radeln, während du irgendwas machst und kriegst kaum was. Und kann meine Tasche langweilig ausmachen. Hier muss man bestimmt rüber und hier lang und... Schnell rein, bevor alle passen. Oh Gott, geh weg. Geh weg. Kann ich die Tür zumachen? Kann ich die Tür zumachen? Ich geh zu. Stirb. Stirb. Bist du so widerspenstig. Was? Was? Oh, scheiße, ich sehe nichts. Ach Gott. Geh weg. Ich... Ich dachte, du wärst besser vorbereitet. Äh, was? Hä? Och, nee, ne? Na, nee. Was? 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 Äh, jetzt bin ich eine Frau und fang von vorne an? Ist das jetzt... Hä? Was soll ich das verstehen? Okay. Äh... Ich... Das ist aus, als hätte ich das alles geträumt, bin aufgewacht. Kann ich jetzt vielleicht für diese Tür? Ja, sie ist grün. Da lass mich... Ach so. Jetzt darf er die Abkürzung. Äh, hier hin. Zum Brick Lane Market, ja. Kann man das überspringen? Hä? Ja, jetzt kann ich überspringen. Äh... Moment, Moment. Ha, die ganzen Sachen, die sind weg. Aber ich hab meine Waffe. Hä? Okay, äh... Geh mal hier lang. Ne, warte mal. Hier lang. Ich muss doch hier diesen blöden... Dingern hier folgen. Hier lang. Und... Und durch diesmal. Das schlafen wir auch noch aus. Du hast doch bestimmt was. Ah! Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, das sind die vom letzten Mal. Ach so. Äh... Komm. Ihr kommt da nicht durch. Ja. Genau. Es bleibt mir so schön stehen, dass ich auch hier alle... Nache... Nacheinander abknallen kann. Komm. Bam. Bam. Bleh. Bleh. Genau. Fall mal runter. Du auch nochmal. Wie? 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 Ach, Mensch. Da komm mal her. Äh... 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 Der kommt doch auch noch hier. Genau. Komm weg. Du auch. Ihr wart doch die, die... Mein... Altes... Ich... Zerstört haben und so. Das heißt, ich kann das hier... Ach Gott. Wie siehst du denn aus? Wie? Nein. Nee. Warte mal. Ah. Oh Gott. Das... Das bin ich. Ich zerstör mich. Oh Gott. Äh... Hey. Da kannst du mir die ganzen Sachen wieder gehen. Yeah. Äh, yeah. Oh Gott. Ey, muss man das jedes... Einfach E drücken. Oh. Super. Jetzt habe ich meine ganzen Sachen wieder. Hm. Hm. Erstmal, wir laden nach. Laden nach. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn? Äh... Oh, das war schon alles. Oh, oh. Das ist schlecht. Hier muss man sparsam sein mit Munition. Äh... Äh... Okay. 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 Äh... 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 Nein. Du fässt mich nicht an. Du fässt mich nicht an. Was heißt ein Gnadenstoß? Ach, gedrückt halten. Danke. Ja, komm her. Musche Warenfackel da. Gleich sollte ich auch mal mit... Äh... Du... Du bist doch aufgehangen... Aufgehängt. Ey, dreh mir nicht über den Rücken zu. Ich drehe mir nicht über die Rede. Okay. Okay. Oh. 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 Gegen mein Mikrokabel gekommen, aber es nimmt noch auf. Du, du, du. Jöp. Ach, scheiße. Das Kabel ist so kurz. Ich hätte das lange Kabel leben sollen. Genau. Äh... Genau. Ich sollte einen Hammer suchen. Einen Hammer. Einen Hammer. Einen. Du bist kein Hammer. Hammer? Hammer? Warum kann ich nicht einfach diesen blöden... Hier so einen Stuhl legen, wo diese Scheibe einschlagen? Warum kann ich hier vor allem nicht sprengen, ey? Dann könnte ich mit einem Cricket-Schläger hier so schön die Scheibe einschlagen und dann einfach durch. Die Scheibe durch. Komm mal so. Bäm. Das wäre so einfach. Äh, okay. Äh, einen Hammer. Einen Hammer. Wo finde ich denn einen Hammer? Okay. 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 Ich muss mich doch anders setzen. Das geht nicht anders. Ich habe so einen Scheiß-Stuhl. Vielleicht sieht man den in dem Hintergrund. So ein alter Oma-Sessel. Äh. Ich habe gesagt, ich habe die Karte auch... Moment. D, 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 D. B-Dude. Karte aktualisiert. Tür versperrt. Stange entfernt. Wo ist hier hin? Achso. Habe ich auch gegessen. Okay. Äh. Achso. Oh. Ich bin aber auch doof. Hier war ich doch schon. Hier bin ich doch hergekommen. Meine Güte. Äh. Das Denken. Ach. Der kann auch nicht spielen. Der ist doch gottenschlecht und langweilig. Warte. Oder musste ich zurück, um da irgendwo einen Hammer zu finden? Ich finde auch hier nirgendwo einen Hammer. Oder seht ihr hier einen? Ne. Ne? Ne. Hammer? Warst du besser? Wäre ich dich nehmen? Besen? Oh Gott, ey. Äh. Hä? 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 Ach. Mein Handy hat vibriert. Das soll das doch. Vielleicht habt ihr es gehört. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal zurück. Bestimmt muss ich da irgendwo einen Hammer finden. Hammer, Hammer, Hammer. Kann ich überhaupt zurück? Ich kann ja nicht springen. Und deswegen kann ich ja auch nicht zurück. Ich glaube das nicht. Was soll das denn? Uah. Mann. Warum? Warte. Ich gucke jetzt mal in der Steuer. Vielleicht kann man ja doch springen. Weil das ist irgendeine ganz bescheuerte alternative Taste, die ich nicht kenne. Ne? Äh. Ob sie gehen. Ich kann das nicht schnell. Drehsinneregistribüren. Warum sie schießen sich. Äh. Ne. Ne. Controller. Bildung vor allem. Das ist genau. Mein Riesencontroller. Äh. Ne. Radars. Radars. Gendee. Oh Gott, ey. Ich musste mein Messer aufpassen, ey. Äh. Oh. Oh. Okay. Und was macht das Schönes? Es macht einmal Bing. Und was taucht dann auf? In der Umgebung? Gut, äh. Da muss ich mich wohl hier weiter umschauen. Oh. Gut, es ist das erste Mal, dass ich Let's Plays machen, ne? Äh. Also dieses, äh. Quatschen und spielen zusammen. Das bringt einen schon raus. Komm, ich kann doch bestimmt hier irgendwie dieses blöde Tor hier aufmachen. Komm, geht das Tor hier auf. Wir kommen Bing nochmal rum. Was soll das hier? Hä? 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 Du. Gibst du mir Hammer? Hast du einen Hammer? Hast du einen Hammer? Hammer? Warum schreist du denn? Warum muss ich auch schreien? Äh. Ja. Oh Gott. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Äh. Ich hab mich bestimmt hier nicht gut genug umgeguckt. Ich hab mich bestimmt nicht gut genug umgeguckt. Ja. Ich erwarte, dass da irgendwo liegt, dass man ihn nehmen kann. Dass man ihn sieht. Und dann ist er in so einem blöden Mülleimer. Während du da bist, steck auf. Wenn er nicht zerbrochen ist, looten. Ja. Hab ich doch. Hab ich doch. Barrikade entfernen. Äh. Komm. Äh. Genau. Mit einem Rock habe ich beide geöffnet. So. Äh. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Boah. Ich hab wahrscheinlich so lange rumgetüdelt. Ich hab mir zwar eine Uhr, aber irgendwie guck ich da nur zur Hälfte rauf. Und... Was bedeutet das jetzt? Okay. 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 Was ist das? Was ist das? der tür objekt tier tier infizierte 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 sind positiv negativ okay negativ heißt sie greifen wie an positiv heißt wo sie sind tot oder heißt es einfach nur sie haben das dritte und wenn ich jetzt so war was denn okay ich würde sagen ich mache es hier mal ein cut wir sehen uns dann im nächsten part wieder warum gucke ich eigentlich in die kamera mal hallo kamera ich gucke immer da da tschüss